Hallo und herzlich willkommen zu JioNet 5 Custom Test Engines. Mein Name ist Sven Ruppert und ich bin Developer Advokat der JFrog und werde heute mit euch durchgehen, wie man am besten eigene Test Engines erstellt. Was wollen wir heute alles machen? Zu Beginn werden wir uns anschauen, was so die schon vorhandenen Möglichkeiten bei JioNet 5 sind, um dann zu sehen, welche Dinge uns fehlen bzw. wo wir dort einhaken wollen. Dann werden wir uns anschauen, wie man eine Test Engine eigentlich testet, weil auch das ist ja notwendig, weil testgetriebene Entwicklung bedeutet ja nicht nur Test Engine schreiben, sondern auch die Test Engine testen. Dann, wenn wir das haben, sehen wir, wie man eine Test Engine startet und dann kommt auch schon die Basisstruktur von Test Engines. Das heißt, was muss an welcher Stelle stehen, welche Interface sind zu implementieren und Ähnliches. Wenn wir uns das angeschaut haben, dann ist der nächste Schritt, dass man sich anschaut, wie definiere ich eigentlich Test oder wie definiere ich die Definition von Test. Das ist eigentlich dann der große Spielraum, den man mit solchen Customized Test Engines erschließen kann. Und dann ist sozusagen die logische Folge darauf gelegt, dass man dann das Ausführen eines Testplans, also wie baue ich einen Testplan auf und wie wird der dann ausgeführt. Das ist dann nach der Punkt. Und zu guter Letzt werden wir uns einfach noch mal kurz vor Augen führen, welche Möglichkeiten habe ich oder welche Ideen kann man haben, wenn man sich mit solchen Test Engines beschäftigt. Beginnen wir erst einmal damit, uns anzuschauen, was gibt es eigentlich alles bei so einem Test, beziehungsweise was gehört alles dazu. Es ist also nicht nur der Test an sich, sondern zu jedem Test gehört ja auch noch eine Art Vorbereitung. Diese Vorbereitung ist daraufhin aufgebaut, dass ich also vor einem Test etwas zum Beispiel hochfahre. Ich starte zum Beispiel einen Zöffel-Container, dann führe ich diesen Test aus und nachdem der Test abgeschlossen ist, möchte ich diesen Zöffel-Container auch gezielt wieder runterfangen. Es gibt Vorbereitungen, die muss ich für jeden Test machen oder die möchte ich für jeden Test machen, um saubere, zum Beispiel Initialisierungen zu gewährleisten. Und dann gibt es natürlich auch noch Vorbereitungen, die relativ ressourcenintensiv sind, die man dann zum Beispiel nicht vor jedem einzelnen Test machen möchte, sondern nur für eine bestimmte Testgruppe oder für einen bestimmten Testplan vorbereiten möchte. Hier könnte man sich zum Beispiel vorstellen, man hat ein sehr, sagen wir mal, schweres Persistenzsystem und Infrastruktursystem, was man für diesen Test benötigt. Und dort fährt man das einmal hoch, man arbeitet alle seine Tests ab und fährt dann das gesamte System runter. Also dementsprechend haben wir also Vorbereitungen vor jedem Test und Nachbereitungen nach jedem Test und dann natürlich noch in einer etwas größeren Klammer drumherum um eine Menge von Tests. Das kann jetzt eine beliebig große Größenordnung sein und auch hier kann man sich natürlich noch mehrere Verschachtelungstiefen vorstellen. Wenn ich jetzt eine Vorbereitung, eine Nachbereitung eines Tests habe, nehmen wir wieder diesen Surflet-Container. Das heißt, ich fahre diesen Surflet-Container hoch und jetzt habe ich diese Instanz eines Surflet-Containers. Die Frage stellt sich nun, wo halte ich diese Instanz, dieses Surflet-Containers oder diese Entität, die ich vorab erzeuge und später dann noch wieder abbauen möchte und wie habe ich Zugriff darauf. Bei der Standard J-Unit 5 Test Engine ist es so, dass ich eben in diesen Präparationen etwas erzeugen kann. Dann kann ich es in einen Kontext legen. Dieser Kontext steht mir dann nach der Ausführung des Tests, egal ob positiv oder negativ, dann wieder zur Verfügung und ich kann dort eben Zugriff auf die zuvor erzeugten Einheiten oder Entitäten vornehmen. Hier stellt sich natürlich dann auch wieder das Kaskadieren oder die Frage des Kaskadierens, das heißt also der Kontext um einen einzelnen Test herum, der hat seinen oder die zwischen Präparation und Abbau des einzelnen Tests, da gibt es einen Kontext und dann habe ich natürlich um die drumherum liegenden Auf- und Abbauphasen, das heißt auf manchen Klassenebene, auf Paketebene oder Testplanebene, dann auch wiederum einen Kontext, der dazu gehört. Sicherlich stellt sich hier die Frage, kann ich eigentlich von einem geschachtelten Kontext auf die drumherum liegenden Kontexte zugreifen? Wie sieht es hier mit der Isolation bezüglich Concurrency aus und Ähnliches? Bevor man sich solchen Themen widmet, muss man allerdings sich nochmal überlegen, wie sieht es eigentlich aus, wenn Fehler auftreten? Also wenn bei der Präparation, also beim vorherigen etwas schief läuft, dort tritt eine Exception auf, dann ist es sehr einfach zu detektieren, das heißt der Test schlägt fehl, weil die Initialisierung fehlgeschlagen ist. Wenn jetzt allerdings in der Verwaltung des Kontexts oder beim Abbauen dieses etwas passiert, dann ist der Test an sich ja schon abgelaufen, der hat auch schon ein Ich bin positiv signalisiert und dann stellt sich die Frage, kann man eigentlich bei dem Abbauen oder bei diesen nachfolgenden Events, kann man da eigentlich detektieren, dass hier ein Fehler stattfindet? Das ist natürlich relativ ungemütlich, wenn man hier zum Beispiel Speicherlöcher produziert und die dann erst nach und nach identifiziert, weil Tests zum Beispiel einfach mal fehlschlagen und man weiß nicht so richtig warum. So, diese Kontexte sind also zu betrachten. Einfach ist dieses Verfahren immer, wenn ich mit symmetrischen Auf- und Abbauzyklen zu tun habe, das heißt also ich baue einen Zöffelcontainer auf, ich führe meinen Test durch, ich baue diesen Container wieder ab. Dann ist es relativ einfach, die Frage der Exception stellt sich, also was passiert eigentlich, wenn im vor- oder nachlaufenden Elemente eine Exception auftritt, in welcher Typus von Exception und dann ist natürlich zu berücksichtigen, dass jeder Test mehr oder weniger seinen individuellen Zyklus haben kann, das heißt seine individuelle Vorbereitung und Nachbereitung. So, das ist erst einmal der Stand der Dinge, der auch in JUnit 5 relativ gut abgebildet ist. Wenn ich also jetzt das gruppiere in Testgruppen, wie auch immer diese Testgruppen definiert sein können, dann kann ich davon natürlich verschiedene Testgruppen haben. Das heißt, ich habe eine Testgruppe, in dieser Testgruppe fahren eben die jeweiligen Tests hoch und runter und dann starte ich die nächste Testgruppe, wenn ich hier von einer sequentiellen Abarbeitung ausgehe. Und die nächste Schachtelungsstufe um diese Testgruppen drumherum wäre dann die jeweilige Testengine. Das heißt, bei JUnit 5 kann ich also verschiedene Testengines haben. Das ist nicht nur limitiert auf eine. Standardmäßig gibt es zwei. Das ist auch mal diese Legacy Engine, das heißt diese Vintage Engine zum Ausführen von JUnit 4 Anwendung oder JUnit 4 Tests und dann eben die Jupiter Engine für die klassischen JUnit 5 Tests. Und dann können eben beliebig viele eigene Testengines da noch mit reinlaufen. Welche ich starte, wie ich da starte und so weiter, da kommen wir gleich drauf. Allerdings muss ich mir erst einmal vorstellen, also ich habe verschiedene Möglichkeiten, Testengines zu starten oder verschiedene Typen Testengines. Die werden in einer Reihenfolge, ich gehe jetzt erstmal von sequenziell aus, gestartet und durchlaufen dann sozusagen die Menge an Tests, die diese Testengine dann für sich in Anspruch nimmt oder identifiziert. Hier ist nochmal ein Übersichtsbild. Das Übersichtsbild habe ich irgendwo aus der Dokumentation von JUnit 5 geholt. Hier sieht man nochmal, es gibt also diese Vintage Engine und die Jupiter Engine und dann unsere eigene Engine. Und das Ganze ist auf einer Plattform. Das ist sozusagen das Grundsystem, der Sockel, auf dem ich dann aufsetzen kann mit eigenen Testengines. Und man muss sich hier, wenn man sich dieses Bild mal anschaut, muss man sich überlegen, klar, diese Plattform, die wird von verschiedenen, sagen wir mal, Werkzeugen aufgerufen. Ob das jetzt ein Gradle oder ein Maven ist, ob das ein Eclipse oder ein IntelliJ ist. Und am Anfang dachte ich nur, das wäre der Übersichtshalber ganz nett, dass dieses Bild da ist. Aber leider steckt da mehr oder weniger auch drin, dass man untersuchen muss, wie dieser Ablauf von diesen Tests sich verhält bei den jeweiligen Werkzeugen. Und es hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel Maven und Gradle, die gehen halt ein bisschen unterschiedlich mit ClassPass und Laden und Scannen und so weiter um. Das heißt, dort kann es auch sein, dass Tests schlicht und ergreifend in einer anderen Reihenfolge ablaufen oder die Testpläne nicht äquivalent sind. Genauso ist es auch bei den IDEs. Das heißt, auch bei den IDEs sehe ich, dass die unterschiedlich damit umgehen, ob ich jetzt zum Beispiel ein Package selektiere oder eine Klasse, um dann Tests ausführen zu lassen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Nur mal hier schon mal als Verabwarnung geht nicht davon aus, dass bei allen Werkzeugen das immer äquivalent ist. Meistens steckt der Teufel im Detail und dort muss man dann einfach nochmal nachschauen. So, wenn ich mir jetzt anschaue, dass ich also einen Test habe und der hat irgendwie eine globale Präparation und eine lokale Präparation, so habe ich hier zum Beispiel in diesem Bild das mit unterschiedlichen Farben markiert und in Summe gehen wir jetzt einmal diesen Lifecycle durch, was dazugehört. Also, wie definiere ich einen Test, wie erweitere ich diesen Lifecycle und wo ist der Kontext? An der Stelle sehen wir jetzt hier erst einmal einen ganz einfachen Test und hier bitte auch darauf achten, diese Add-Test-Annotation, die gibt es jetzt zweimal und da bitte bei dem Import definitiv darauf achten, dass man die erwischt, die jetzt auch zur G105 Engine gehört, weil beidesmal ist es ein Add-Test, ist vielleicht ein bisschen unglücklich definiert, aber man sollte jetzt, wenn man das später mit eigenen Annotationen belegt, vielleicht nicht auch Add-Test nennen, sondern sich dann etwas anderes überlegen. Aber ich habe jetzt irgendeine Klasse, die hat eine Methode und diese Methode ist annotiert mit Add-Test und das war's. Also, damit kann ich jetzt erst einmal loslegen. Dieser Test hat unterschiedliche Lifecycles oder Lifecycles-Stufen. Also, bei G105 in der Jupyter Engine ist es so gemacht, dass das Events sind. Es gibt in der Dokumentation eine recht gute Übersicht, welche Events in welcher Reihenfolge dort auftreten. Es macht auch Sinn, explizit die Dokumentation für seine Version von G105 sich anzuschauen, weil da gibt es nämlich am Anfang gerade noch einige Änderungen, es kommt was hinzu, es geht was weg und so weiter. Also, da sollte man wirklich nochmal ganz genau auf seine Mino-Version dann in der Dokumentation zurücktreiben. Aber, was zumindest bis jetzt konstant geblieben ist, ist, dass ich diese Extensions basierend auf diesen Events dann aufbauen kann. Das heißt, der gesamte Lifecycle, der besteht aus lauter Events. Jedes Event ist repräsentiert durch ein Functional Interface und wenn ich jetzt einen vor jedem Test und nach jedem Test habe, habe ich dazu zwei Interfaces, die ich implementieren kann und in dem Fall ist es BeforeEachCallback und AfterEachCallback. Functional Interface, das heißt, wir haben nur eine Methode zu implementieren und dementsprechend habe ich eben ein BeforeEach und ein AfterEach. Wenn ich das jetzt implementiere, diese Methoden, wir kommen später noch drauf, wie man das macht, dann kann ich das Ganze aktivieren, indem ich diese ExtendWith-Annotation nehme und dort die Extension deklariere, also sprich die Klasse angebe und damit ist es dann in der statischen Semantik und das Framework kann darauf zugreifen, instanziiert diese Extension und führt dann diese Methoden zum gegebenen Zeitpunkt aus. Was hier schon mal sehr explizit genannt werden sollte, ist, in dieser Implementierung dieser Extension bitte keine Klassenattribute dort hinterlegen. Das heißt also, wenn man jetzt auf die Idee kommen würde und würde sagen, ich erzeuge dort einen Zwerfl-Container und der ist ein Attribut meiner Extension und dann später in der Methode AfterEach greife ich auf diese Instanz zu, dann kann das ziemlich schief gehen, weil es ist nicht garantiert, dass man a, die selbe Instanz dieser Extension bekommt, es ist lediglich garantiert, dass dieser Übergabeparameter Extension Kontext, dass das der richtige ist. Also hier an dieser Stelle ist es dann wirklich so, erzeugt etwas Leges in den Kontext und später kannst du darauf zugreifen. So, was haben wir hier? Ja, wenn ich jetzt mehrere Extensions habe, das heißt, ich muss an der Datenbank hochfahren und ich muss einen Zwerfl-Container hochfahren, dann macht es keinen Sinn, beides in eine Extension zu quetschen, sondern hier macht es Sinn, dass man eben eine Extension hat, die sich nur darum kümmert, wie fahre ich die Datenbank hoch und runter und eine Extension, die sich nur darum kümmert, wie fahre ich diesen Zwerfl-Container hoch und runter. So, dementsprechend habe ich zwei Extensions, in dem Fall hier Extension A und Extension B und wenn ich die jetzt beide aktivieren möchte, dann gehe ich eben hin und füge dieser Klasse, die eben über diesen Lifecycle verfügen soll, jeweils einzeln diese beiden Extensions hinzu. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Auch hier schon mal vorab gesagt, die Reihenfolge spielt eine Rolle, komme ich gleich zu. Ja, genau, jetzt. Also, wenn ich hinschreibe A und dann B, ist das etwas anderes, als wenn ich schreibe B und dann A. Das heißt, hier gehe ich von einer Symmetrie aus. Das heißt, dass ich zum Beispiel, wenn ich hier diesen Fall habe, dass B oben steht und A unten, dann wird erst B, before all zum Beispiel, ausgeführt, dann before all A. Das heißt, es geht von oben nach unten bei der Präparation, beim Aufbau des Kontextes. Und später beim Abbau wird genau in der entgegengesetzten Richtung das Ganze wieder abgebaut. Das heißt, also ich fange an mit B, dann A und beim Abbauen ist es erst A und dann B. So, und damit habe ich eine sehr schöne Symmetrie. Das macht es nämlich sehr, sehr einfach, wenn ich sage, ich fahre erst die Datenbank hoch, dann den Surflet-Container, weil der Surflet-Container muss sich ja zu dieser Datenbank verbinden. Dann würde ich eben schreiben, ganz oben starte die Datenbank, darunter starte den Surflet-Container. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, es wird erst der Surflet-Container heruntergefahren und dann korrespondieren dazu die Datenbank. Also, von dem her ist das alles ganz gut und schön. Das wird mit Before-Each und After-Each gemacht, das wird mit Before-All und so weiter gemacht. Also diese Dinge sind symmetrisch an der Stelle. Wenn ich jetzt mehrere Extensions habe, dann wird es natürlich relativ schnell unhandlich, wenn ich die mal einzeln aufführen muss. Außerdem möchte ich meinen Kollegen das auch nicht zumuten, dass jeder alle Details des Lifecycles kennt. Dementsprechend hat sich an dieser Stelle Folgendes bewährt. Ich gehe also hin und definiere die einzelnen technologischen Aspekte, wie fahre Datenbank hoch und runter oder Datenbank-Management-System hoch und runter, fahre den Surflet-Container hoch und runter und so weiter. Das sind einzelne technische Extensions. Und die fasse ich dann zusammen in eine Extension, die dann einen fachlichen Namen bekommt. Zum Beispiel initialisiere den Web-Lifecycle oder was auch immer. Also irgendwas, was mehr domain-spezifisch ist vom Wording her. Und dort annotiere ich eben dieses mit den Lifecycle-Annotations, die ich dann darin haben möchte. Also innerhalb der Annotation Extensions gebe ich genau in der Reihenfolge die Extensions an, die ich eben verwenden möchte. Das ist die Annotation für meine fachlich oder domain-spezifische Annotation. Und die kann ich dann an meinen Tests verwenden. Bedeutet, ich kann also eine Hierarchie von solchen Extensions aufbauen. Und ich sollte auch hier von den ganz grundlegenden mit technischen Begrifflichkeiten immer mehr hochlaufen zu Begrifflichkeiten, die eben der Domäne entsprechen sind, sodass auch die Semantik, die ich sehe als Entwickler, immer domain-spezifischer wird. Kontext. Ich hatte eingangs schon mal erwähnt, dass dieser Kontext diese Instanz ist, über die ich eben Informationen zwischen den einzelnen Lifecycle-Steps austausche. Wie das funktioniert, ist relativ einfach, wenn man sich anschaut, dass es diesen Extension-Kontext gibt und sich das vorstellt wie eine Hash-Map. Und diese Hash-Map, die ist abgelegt in solchen Namespaces und ich habe eben Zugriff auf diesen Namespace aus verschiedenen Positionen heraus. Das heißt, sobald ich hier zum Beispiel, hier nehme ich Namespace Global, das heißt jeder Test kann darauf zugreifen und dementsprechend könnte jeder Test eben genau sich diesen Extension-Store, also diesen Store, herausholen und dort etwas hineinlegen und dann auch wieder entfernen. Das ist angenehm, aber auch gefährlich gleichzeitig. Das heißt, wenn ich also sequentiell ablaufende Tests habe, ist das alles relativ überschaubar. Wenn ich allerdings jetzt mit Concurrent-Tests arbeite, dann sollte ich mir schon relativ genau überlegen, inwieweit Dinge globaler Natur sind oder eben nicht. Diese Namespace, die kann ich selber aufbauen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel für eine Testgruppe oder für einen Test einen eigenen Namespace definieren und dann würde eine Extension sich diesen Namespace oder diese Namespace-Deklaration beim Test eben aus dieser Testklasse holen oder aus der Definition und somit kann ich dann wirklich für jeden Test einen eigenen Storage bauen und ich kann aber auf alle anderen zugreifen. Also hier ist eigentlich eine Frage der Namensräume. Ich habe dann hier einen ganz anderen Key-Value-Store, stelle ich mir eine Hashmail vor und es ist ratsam, dass man diese Schlüssel, die man da verwendet, wirklich als Konstante irgendwo ablegt, damit es auch Refactoring-Safe ist. So, und in diesen Store lege ich dann zum Beispiel die Instanz meines Surflate-Containers oder die Referenz von Test-Containers auf meine Datenbank oder was auch immer. Dann komme ich jetzt zu dem Punkt, dass ich natürlich in meinen Testmethoden auch bestimmte Instanzen von irgendwelchen initialisierten Objekten haben möchte, weil innerhalb eines Tests kann ich nicht auf den Extension-Kontext zugreifen. Ich kann mir aber etwas injizieren lassen. Hier in diesem Beispiel eine Instanz vom Typ Demo. Um jetzt eine Instanz vom Typ Demo zu erhalten, muss ich ja irgendwo definieren, wie werde ich erzeugt. Und das mache ich, indem ich einen Parameter-Reserver implementiere und der hat zwei Methoden. Die eine Methode ist schlicht und ergreifend dafür da, herauszufinden, bin ich als dieser Parameter-Resolver für diesen Typus oder für diesen Typ, der da jetzt injiziert werden soll, verantwortlich. Und die nächste Methode ist dann schlicht und ergreifend die Erzeugung der Entität an dieser Stelle. Also hier, Supports-Param ist schlicht und ergreifend, bist du für diesen Typus verantwortlich. Hier hat man alle Möglichkeiten von Reflection und auch von bestehenden Informationen aus dem schon erzeugten Extension-Kontext. Und dann bei Resolve-Parameter obliegt es eben der Implementierung, diese Entität zu erzeugen und dann zurückzuliefern. So, um das Ganze dann zu aktivieren, auch hier wieder mit der Annotation ExtendWiz und dort kann ich dann den Parameter-Resolver schlicht und ergreifend als Klasse dann definieren. Und damit ist das dann aktiv. Das kann ich auf Klassenebene machen, das kann ich aber auch auf Testmethodenebene machen. Damit bin ich recht flexibel und ich habe einen Injection-Mechanismus. So, kommen wir als nächstes dazu. Wie teste ich eigentlich eine Test-Engine? Dazu muss ich so eine Test-Engine starten und dann muss ich mir überlegen, welche Dependencies brauche ich und wie formuliere ich eigentlich Tests gegen eine Test-Engine? Als erstes definiere ich hier den Eingangswerte-Bereich, den ich testen möchte oder die Beispiele, die ich gleich verwenden möchte um meinen Test oder das sind die Eingabewerte für meinen Test. Und dementsprechend erzure ich eine Test-Klasse. Dort habe ich drei Tests definiert. Ein Test ist einfach positiv, das heißt, da passiert gar nichts, da wird auch keine Exception geworfen. Die zweite Version ist dann ein Test, der mit einer Runtime-Exception und einer Dedicated-Message beendet wird. Und das letzte ist die Definition von einem Test, der schlicht und ergreifend disabled ist. So, um jetzt Zugriff auf das Test-Kit zu bekommen, muss ich folgende Dependencies hinzufügen, und zwar JUnit Plattform Test-Kit und das Ganze im Scope-Test. Hier nochmal als Übersicht, ein Test ist positiv, ein Test schlägt fehl und einer ist deserbet. Um jetzt einen Test zu schreiben, der basierend auf diesen drei Eingangstests mir das liefert, was ich dann überprüfen möchte, gehe ich also hin von diesem Engine-Test-Kit, da gibt es einige statische Methoden, das ist ein Bilder-Pattern, was hier abgebildet worden ist, und dort gebe ich eben dieser Engine eine ID mit, was eine Engine-ID ist, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir selber eine definieren, und dann selektiere ich den Wertevorrat, der als Eingangsparameter definiert wird, hier. Dementsprechend, achso, eine kleine Anmerkung, das JUnit 5 Team hat hervorragende Arbeit geleistet in dem Bereich dieser Reflection Utilities, also all die kleinen Helferlein, die einem eben sagen, gebe mir alle Klassen aus einem Package oder selektiere mir eine Methode und all sowas. Dort kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, diese zu verwenden, die sind gut getestet, jetzt sehr robust entwickelt, und es macht keinen Sinn, das selber zu entwickeln, da steckt doch sehr viel Arbeit drin. Also, ich definiere die Selektoren, mit denen ich den Eingabewert oder die Eingabewerte für meinen Test definiere, in dem Fall, ich selektiere eine Klasse, und das ist eben eine Demo-Test-Klasse, in der ich diese drei Tests definiert habe. Dann wird das Ganze ausgeführt, und ich hole mir die Statistiken dort heraus, und dann kann ich eben überprüfen bei diesen Statistiken, zum Beispiel zwei sind gestartet, ja, nämlich der, der positiv verläuft, und der, der negativ verläuft, und einen habe ich erst gar nicht gestartet, der ist eben disabled, und dementsprechend startet zwei, ja, einer erfolgreich, einer wurde übersprungen, und einer ist fehlgeschlagen. So, jetzt habe ich erst mal nur überprüft, ob so der Werteverrat von dem, was ich erwarte, also ob das Grobe da stimmt, also positiv, negativ. Was ich noch nicht gemacht habe, ich habe mir jetzt noch nicht angeschaut, zum Beispiel bei dem, der fehlgeschlagen ist, ist der denn auch so fehlgeschlagen, wie ich mir das vorstelle, oder ist er aus irgendeinem anderen Grund fehlgeschlagen. Und das jetzt zu machen, kann man auch wieder, ich erzeuge wieder einen nächsten Test für meine Testengine, ich erzeuge meine Testengine-Instanz, die ich testen möchte, und dort selektiere ich jetzt nicht eine ganze Klasse, sondern hier eben eine Methode aus der Klasse, Demo-Test-Klasse, mit dem Methodennamen, in dem Fall ist es Test002. Ich habe die Definition hier auch nochmal gezeigt, das ist eben eine Runtime-Exception mit einer bestimmten Meldung. Und dort, wenn ich das ausgeführt habe, prüfe ich erst mal, sag mal, hast du genau einen, der fehlgeschlagen ist? Ja, das müsste man dann noch überprüfen eigentlich, ob es eben nicht weitere gibt, zum Beispiel nicht einen positiven, oder so, oder dieselbe Test. Also hier habe ich es wegen der Folie einfach ein bisschen kleiner gemacht, ich habe einfach nur gefragt, hast du einen fehlgeschlagenen Test? Ja, wenn dem so ist, dann schaust du dir bitte an, sag mal, mit welchen, oder unter welchen Bedingungen ist der denn fehlgeschlagen, und da kann ich hingehen und sagen, also, gib mir mal dieses Event für diese Testmethode, und dort überprüfe, bist du mit einer Runtime-Exception beendet worden, und wenn ja, welche Nachricht ist dort mitgegeben worden. Und dementsprechend ist eben I must fail, und das ist eine Runtime-Exception, und damit entspricht das genau dem, was ich mir so vorgestellt habe. Also, ich kann eben auf Methodenebene, auf Package-Ebene, auf Klassenebene, oder den gesamten Werteverrat aus meinem ClassPass geben, aber da ich ja Tests für einzelne Muster schreibe, bietet sich das hier auch an, dass man maximal auf Klassenebene geht, beziehungsweise eigentlich auf Methodenebene. Also, ganz normales TDD, wie man das so gewohnt ist. Wie starte ich eine Test-Engine? Um eine Test-Engine zu starten, muss ich erst mal den Werteverrat definieren, also Discovery von diesen Tests durchführen. Hier habe ich implizit bis jetzt angenommen, weil das bei der Geonet 5-Engine eben so ist, dass ich das in Klassen definiere. Aber später, wenn ich eigene Test-Engine schreibe, kann es ja auch sein, dass die Test-Definition oder wo diese Tests herkommen, eben nicht eine Klasse ist. Das können jetzt auch beliebige deskriptive Quellen sein. Es können Third-Party-Components oder was auch immer sein. Also, hier kann man sehr, sehr kreativ werden, nur so als kleine Randnotiz. Also, ich erfahre erst mal oder ich stelle erst mal sicher, dass ich weiß, welche Tests sind denn mein Eingangs-Wertebereich. Dann erzeuge ich diesen Launcher, der das Ganze starten kann. Und dann, wenn ich das habe, muss ich einen Testplan erzeugen. Das heißt, ich habe jetzt meinetwegen eine Menge Tests und diese Menge Tests muss ich ja in einer bestimmten Reihenfolge, wenn ich sequenziell abarbeiten möchte, das Ganze dann ausführen. Oder eben wäre dann da auch dieser Testplan zum Beispiel die Möglichkeit dort zu verankern, welche Teile können concurrent ablaufen und welche nicht. Dann kann ich mich in diese Plattform mit so Listenern reinhängen, die mir zur Laufzeit auf bestimmte Events lauschen. Das können entweder die Standard-Events sein, wie Successful oder Failed oder was auch immer. Oder es können eben auch eigene Events sein, sodass ich zum Beispiel weitere Informationen aus der Laufzeit herausbekomme. Das können Runtum-Param sein, das können irgendwelche was auch immer. Also auch da kann man kreativ sein, was man eben dann als aggregierende Informationen dort erzeugt, um die dann später zum Beispiel für ein Reporting zu benutzen oder fürs Logging oder was auch immer. Dann habe ich alles. Das heißt, ich habe einen Werteverrat, ich habe den Launcher, ich habe einen Testplan, ich habe die Listener, das baue ich alles zusammen und dann führe ich das aus. Da sage ich einfach nur mach. Und wie er dann da durchgeht, da kommen wir dann gleich zu. Aber prinzipiell, wenn der dann sagt, er ist fertig, dieser Launcher, dann sage ich, gebe mir bitte das Ergebnis. Und da sind dann zum Beispiel auch die Informationen drin, die ich mir zu einem Listener dann einsammle. Wie mache ich das jetzt in Quelltext? Also, ich baue mir wieder diesen Selector zusammen, also in dem Fall hole ich mir alles aus einem Package heraus und baue mir so einen Request zusammen. Wenn ich den habe, erzeuge ich alle Instanzen meiner Listener. Hier nochmal darauf hingewiesen, ich brauche diese Instanz später nochmal. Das heißt, ich kann hier nicht unsere Fly in diese Bilder reinstecken, sondern ich brauche die später. Ich brauche also Zugriff auf diese Instanzen. Dann nochmal. Dann kann ich mir eine Konfiguration zusammenbauen, auch hier wieder einen Bilderpattern. Dort sage ich, oder was Sinn macht, ist, dass ich an der Stelle zum Beispiel diese Autoregistrationen für Extensions, für Listener, für Engines und so weiter alle ausstelle und das explizit formuliere, damit ich eben an der Stelle nicht beim Testen meiner Testengine aus Versehen noch irgendwas anderes dabei habe, was läuft und man dann erstmal auf die Suche geht. So, also ich deaktiviere sämtliche automatischen Registrationsprozesse, dann erzeuge ich eine Instanz meiner Testengine und hier sieht man, dass diese Instanz zum Beispiel für die Jupyter Engine einfach nur Standardkonstruktor ist. So, dann baue ich das Ganze zusammen, habe meine Konfiguration. Aus der Konfiguration baue ich mir mit dieser Factory eben meinen Launcher zusammen. Das ist alles mehr oder weniger Copy-Paste-Code, den man aus der Dokumentation erfährt und es gibt da leider auch keine, es gibt da keine Support-Utilities oder so, die einem diese Arbeit schon abnehmen sollen. Hier ist man wirklich so, mache dies, mache das, mache jenes und dann muss man das alles selber schreiben. Wenn ich das habe, dann habe ich also meinen Request, also was sind meine Input-Werte, ich habe meinen Launcher und die verknüpfe ich über diese Discovery-Methode und bekomme als Rückgabewert einen Testplan. Den schauen wir gleich nochmal im Detail an. Diesen Testplan, ja, letztendlich führe ich das Ganze dann aus mit der Execute-Methode und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich gerade meinte, ich brauche eben diese Instanzen dieser Listener, ich bekomme die später dann immer raus, also zum Beispiel, zumindest ist es derzeitig so, es kann sein, dass das API sich irgendwann ändert, aber derzeitig ist es so, dass ich eben diese Instanzen halten muss und dann kann ich diesen Listener später fragen, sag mal, was hast du denn alles für Informationen eingesammelt? Ich kann also nicht zum Schluss sagen, bitte gib mir alle registrierten Listener und darüber reden oder so. Vielleicht in der Zukunft, im Moment ging es nicht. So, jetzt weiß ich, wie ich das Ding starte. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist eigentlich so eine Testengine dann wirklich aufgebaut? Also, unsere erste Testengine, die wir bauen wollen, da vernachlässige ich erstmal alles, was so dieses Discovery angeht, sondern ich sage einfach nur, ich baue diesen Testplan zusammen, hier hast du ihn, führe ihn aus. Da muss ich bedenken, dass meine Testengine in dem Projekt, was ich dann aufbaue, natürlich die Testengine, mein Produktivcode ist, das also nicht unter SourceTest, sondern unter SourceMain bitte ablegen. Der Testcode für die Testengine ist dann wieder ganz klar in meinem SourceTestfolder und dann werde ich das Ganze testen eben mit der Jupyter Engine. Es macht auch Sinn, die Jupyter Engine zu nehmen zum Testen der eigenen Testengine, weil ich zumindest da davon ausgehen kann, dass die schon relativ weit entwickelt ist, robust ist und schlicht und ergreifend man einiges an Fehlerquellen minimiert mit allen Pros und Kontras. Wenn ich später eigene Testengine habe, mit denen ich sie noch testen kann, sieht das natürlich anders aus. Wir werden jetzt allerdings die Jupyter Engine nehmen. Was brauche ich als Dependencies? Also im Compilescope brauche ich einmal die Plattform Engine und ich brauche die Commons. In den Commons sind so die Reflection Utils und alles und so. dann brauchen wir natürlich noch den Launcher, damit ich das Ganze dann sagen wir mal auch starten kann. So, was haben wir noch? Genau, kommen wir jetzt zur Implementierung einer Testengine. Also, um eine Testengine zu implementieren, implementiere ich das Interface Testengine. Oh Wunder! Also, ich habe hier drei Methoden, die ich implementieren muss, das zum Glück sehr überschaubar. Das eine ist die GetID. Die ID ist ein Identifier, der intern von der Plattform verwendet wird und es macht also da wirklich Sinn, eine ID zu nehmen, die einandeutig ist. Es ist eine relativ ungünstige Idee, seine eigene Engine dann auch Jupyter Engine zum Beispiel zu nennen. So, ich nehme an der Stelle immer den Klassennamen, weil es für mich einfach am einfachsten ist. Ich nehme den SimpleName, den ClassName und dann bin ich persönlich damit fertig und das Reflectoring safe. Dann kommt der Discovery-Prozess. Wie gerade erwähnt, werden wir jetzt nicht hier dieses Discovery im Detail gehen. Das machen wir gleich bei der nächsten Engine. Hier sage ich einfach nur, ich erzeuge dir einen Deskriptor, das ist der Root-Deskriptor und da sind keine Tests drin, gar nichts. Ich möchte einfach nur sehen, startet diese Engine und dafür brauche ich mindestens mal einen Deskriptor auf Engine-Ebene und den gebe ich dann als Root-Note raus und das Ausführen, das ist das, was wir uns hier jetzt ein bisschen anschauen, ist, ich habe eben einen Request, der dann überführt wird oder der hier als Eingangsparameter ist und dort kann ich eben einen Root-Test-Deskriptor mir herausholen. Das ist das, was ich in der Discovery-Methode einfach erzeugt habe. Dort hätte ich dann Zugriff auf den Baum von Testknoten oder Deskriptoren und ich kann mir alle Listener dort herausholen. Oder beziehungsweise hier jetzt erstmal den Engine-Execution-Listener. Das hat folgende Bewandtnis. Ich muss ja, wenn ich in diesem Baum Ebene für Ebene runtergehe und für jeden Knoten, den ich runtergehe, muss ich ja immer sagen, ich fange jetzt an, diesen Knoten zu bearbeiten und ich bin fertig mit der Bearbeitung dieses Knotens und diese Bearbeitung war positiv oder negativ. Und somit habe ich letztendlich einen rekursiven Abstieg und genau das mache ich hier. Ich sage hier, ich fange an, dann gehe ich durch alle Kinder durch und für jedes Kind sage ich, fange an und dann höre bitte erfolgreich auf. Hier ist es halt relativ trivial, weil wir haben keine Kinder und nichts und ich beende einfach Successful und dann später eben den gesamten Testplan auch als Successful. Diese Rückmeldungen sind es dann auch, die eben sagen, ein Test war positiv oder negativ beziehungsweise der gesamte Testplan ist erfolgreich durchlaufen worden oder nicht. Was ich hier schon als Rückmeldung bekomme, wenn ich das laufen lasse, ich habe gesehen, ich habe einen Container gefunden, ja, ich habe einen Container gestartet, ja, und dann habe ich null Tests, weder fehlgeschlagene noch geskippt oder sonst irgendwas. Das heißt, ich habe wirklich nur gesagt, ich habe einen Container gefunden, den habe ich gestartet und der ist erfolgreich beendet worden. Aber das ist schon eine Testengine, auch wenn sie ziemlich nutzlos ist. Jetzt kommen wir dazu, wir wollen ja diese Testdeskriptoren oder diesen Testplan aufbauen und um Testpläne aufzubauen, muss ich mich an, muss ich mich ja durch, zum Beispiel hier durch den Klassenpfad durchnavigieren und dort nach den entsprechenden Testklassen suchen. Ich möchte jetzt zum Beispiel definieren, dass meine Tests definiert werden mit AddNanoTest. So, und dann möchte ich alle Tests, die irgendwo im ClassPass unter Source sind, finden und möchte auch das so hinbekommen, dass die IDE das schon unterstützt. Das heißt, wenn ich also diesen Test schreibe und diese Annotation AddNanoTest hinschreibe, dass ich mit der IDE schon sagen kann, rechte Mausklick, Execute Test. Und das Ganze soll natürlich auch in Maven funktionieren. Damit hätte ich eigentlich schon alles erreicht, dass also Tooling auf die Tests anschlägt, die IDE das supportet und ich in der Lage bin, überhaupt erst mal irgendwas auszuführen. Um so eine Annotation zu erzeugen, muss ich einmal sagen, wo darfst du annotiert werden oder wo darfst du verwendet werden. In dem Fall möchte ich zum Beispiel hier, dass ich nur Methoden damit deklariere. Und das Ganze muss natürlich zur Runtime verfügbar sein. Bitte nicht vergessen, ansonsten funktioniert das Ganze nach dem Compile nicht. Und da ist noch eine Annotation, die dürft ihr auch nicht vergessen und zwar ist es das AddTestAble. Ja, dann möchte ich hier noch eine Annotation auf Klassenebene machen. Da sage ich dann zum Beispiel beim Target, du darfst nur auf Klassen angesetzt werden. Auch wieder Runtime, auch wieder TestAble. Warum mache ich das in diesem Beispiel? Also, ich möchte zum Beispiel auf der Klassenebene bestimmte Attribute zur Verfügung stellen für die Initialisierung oder für das Verhalten des Testablaufs. Aber auf der Testmethodenebene möchte ich andere Attribute darstellen. Es ist meistens unglücklich, wenn ich eben dann eine große Annotation mache und da alles reinklebe, weil da muss ich mir ja merken, was ist auf Klassenebene und was ist auf Methodenebene. Und so habe ich das einfach getrennt. Und dadurch, dass das eine auf Klassenebene verwendet werden darf und das andere eben auf Methodenebene kann auch ein Entwickler da nicht aus Versehen irgendwas falsch machen. Und jetzt könnte ich in diesen Annotationen eben in der startlichen Semantik auch noch weitere Parameter deklarieren. Zum Beispiel auf Klassenebene starte irgendwie Container A, B, C, ja, nein, doch, was auch immer. Und auf Methodenebene irgendwelche anderen Attribute. Was hat es mit TestAble auf sich? TestAble ist ein Kompromiss. Und zwar, das JUnit 5 Team wollte natürlich, dass man irgendwie frei definieren kann, wie wird ein Test definiert. Also, welchen Namen habe ich oder sonst irgendwas. Zum Beispiel bei den Annotationen oder ob ich überhaupt Annotationen verwende. Wenn ich aber von der IDE jetzt Unterstützung haben möchte, dann ist die basierend, also wenn ich kein Plugin, weiteres Plugin verwenden möchte, dann ist sie basierend auf statischer Semantik. Also sprich, irgendwie müssen Marker in den Quelltext rein. Und da hat man sich darauf geeinigt. Ich glaube, IntelliJ war da so der Haupttreiber und dann, also die JetBrands-Leute und dann die anderen IDEA, dass man eben gesagt hat, ich habe eine AddTestAble-Annotation und die ist sozusagen zwingend. Das heißt, jede Annotation, die ich selber für die Deklaration meiner Tests verwende, muss irgendwo im Inheritance-Pass eben dieses TestAble oder nicht im Inheritance-Pass, also in der Annotationsebene AddTestAble mitführen und die IDE sucht ausschließlich nach AddTestAble und sobald sie die findet, wird eben diese Annotation gewertet, wie etwas, was zu Jeonet 5 gehört und damit ist alles in der statischen Semantik. Die IDEs brauchen sich nicht da abmühen und versuchen herauszufinden, was ist jetzt eine Test-Annotation und was nicht und man hat hier einen relativ sauberen Weg gefunden. Also, deswegen AddTestAble nicht vergessen, sonst läuft es nicht. Wir fangen wieder an mit Implementieren einer TestEngine. Wie gehabt, man braucht einmal dieses GetID, hier wieder SimpleName von der Klasse, weniger interessant, dann muss ich aber jetzt zum Beispiel entscheiden, was sind meine Input-Werte, also was ist eine Testmethode und was ist eine Testklasse und zwar, die meinen Kriterien entsprechen. Jetzt sind wir bei einem der essentiellen Teile, wozu mache ich eine Custom TestEngine, dass ich zum Beispiel mir eine eigene Grammatik oder Semantik überlegen kann, wie ich das formuliere, so Domänen-spezifisch oder wie auch immer. Also, hier sage ich, eine Testklasse darf zum Beispiel nicht abstrakt sein, sie darf nicht privat sein, sie muss annotiert, äh, darf nicht annotiert werden mit, ähm, jetzt habe ich mich hier vertan, ist TestClass, also, ich bin auf Klassenebene. Klasse darf nicht abstrakt sein, Klasse darf nicht privat sein, sie muss annotiert sein mit NanoTestClass und dann habe ich sozusagen einen Kandidaten, der Testmethoden enthalten kann. So, ist das eine Testklasse, schlicht und ergreifend die Parameter. Wenn ich sage, ich möchte abstrakte Klassen zulassen oder sie dürfen nicht final sein oder was auch immer, das ist genau der Weg, wie dann hier diese Entscheidung getroffen wird. Das heißt, ich bekomme eben, oder ich erzeuge mir hier ein Predicate, der das formuliert, so wie ich das möchte. Dann formuliere ich mir auch noch ein Predicate, der eben mir signalisiert, das ist eine valide Testmethode. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen interessanter, weil ich sage, zum Beispiel, es darf keine statische Methode sein, es darf keine private Methode sein, es darf keine abstrakte Methode sein und in dem Fall, dass der Parameter-Count null sein muss. Das heißt, meine Testmethode in diesem Beispiel darf keine Parameter in der Signatur haben. Wenn ich auf der anderen Seite jetzt, sagen wir mal, definieren möchte, jede Testmethode soll auf jeden Fall injiziert bekommen, irgendwie, was auch immer, dann würde ich jetzt hier sagen, der Parameter-Count müsste mindestens so und so groß sein und es muss vom Typ A, B oder C sein. Hier kann ich also ganz genau sagen, was passieren soll und dann sage ich noch, es muss annotiert sein mit Nano-Test. Okay. Und eine Sache, die noch sehr interessant ist, Jeonet 5 zum Beispiel verwertet nicht diese Rückgabewerte von Testmethoden. Ich kann allerdings sagen, wenn ich es brauche, dass jede Testmethode zum Beispiel eine Instanz einer Klasse zurückliefert und dort können irgendwelche Statusinformationen, Rückgabe, was auch immer sein, die ich dann wiederum verwerte beim Ausführen des Plans. Hier sage ich ganz klar, der Rückgabetyp soll void sein. So, wenn ich das jetzt habe, das heißt, ich kann also entscheiden, was ist eine Testklasse und ich kann entscheiden, was ist eine valide Testmethode. Dann komme ich jetzt zu diesem Discovery-Prozess. Also wie identifiziere ich eigentlich, was alles zu meinem Testplan gehört. Das Erste, was ich mache, ich erzeuge mir einen Root-Node. Dem gebe ich auch wieder diesen Display-Namen mit. Das ist das, was dann in den Meldungen so überall erscheint. Und die Engine-ID, die wird mir aber hier übergeben. Und dann habe ich verschiedene Selektoren. So, und zwar, es gibt Class-Pas-Selektor, Package-Selektor, Class-Selektor und Methoden-Selektor. Und es macht auch Sinn, wirklich auf alle hier zu lauschen, weil die IDE und Maven und wie sie alle heißen, die gehen anders damit um. Wenn ich zum Beispiel in der IDE bei IntelliJ sage, hier diese Methode ausführen, dann gibt er mir einen Method-Selektor. Wenn ich allerdings auf ein Paket gehe und sage, alle in diesem Package ausführen, dann gibt er mir einen Class-Pas-Root-Selektor mit einem Filter. Das heißt also, wie es Maven macht, ist wieder anders. Wie es Gradle macht, wie es Eclipse macht, keine Ahnung. Also seht zu, dass also bei der Implementierung muss wirklich jeder dieser Sachen sozusagen abgefangen werden und dann fange ich an, diesen Testplan aufzubauen. Also zum Beispiel, wenn es ein Class-Pas-Root-Selektor ist, dann gehe ich in die Methode AppendTestInRoot. Das ist eine von mir geschriebene, zeige ich gleich und das dann eben für Pakete, für Klassen und für Methoden und damit habe ich einen sauberen Anstieg. Das ist sehr repetitiv. Es gibt dafür keine Vorimplementierung, die ich einfach benutzen kann. Das muss ich wirklich leider einfach selber schreiben. So. Und jetzt kann ich die einzelnen Methoden definieren. Zum Beispiel alles in Root. Ich hole mir von dem Selektor eben diesen Class-Pas-Root. Dann wieder diese Reflection Utilities von J105. Nutze die bitte. Es macht es wirklich sehr einfach. Find all Classes in Class-Pas-Root. Also hole mir alles raus. Und dort sieht man, dass ich diesen Predicate verwende. Deswegen habe ich den erzeugt, dass also jede Klasse, die gefunden wird, da wird abgefragt, sag mal, bist du denn eine Testklasse? Und wenn ja, for each class, füge diese Testklasse oder alle Tests in dieser Testklasse dann hinzu. Und dann springe ich auch schon gleich in die nächste Methode. Wenn ein Class-Selektor kommt, dann gehe ich direkt in diese Methode. Ansonsten gehe ich eben rekursiv in diese Methode. Hier bekomme ich eine Java-Klasse. Dort frage ich, sag mal, bist du denn eine Java-Klasse? Also eine Testklasse, die ich hier habe. Und dann füge bitte diesen Nano-Engine-Class-Test-Deskriptor hinzu. Diese Test-Deskriptoren, was das ist, kommen wir gleich zu. Das sind diese Holder, das sind die Kanoten in diesem Testplan. Und dort füge ich dann eben die Informationen an. Also welche Route-Note, also wo drunter bist du, Aufgang und dann die Java-Klasse mit. Und das Ganze dann auf Methodenebene nämlich auch, weil der geht nämlich dann, während er diesen Class-Deskriptor aufbaut, dann durch alle Methoden in dieser Klasse durch. Dort frage ich dann also, bist du denn eine Testklasse? Wenn du eine valide Testklasse bist, dann baue mir den Deskriptor für diese Test-Methode zusammen und füge dich selber da einen Pfad hinzu. Jetzt kann ich so einen rekursiven Abstieg machen. Das ist ein bisschen langatmig, das Ganze. Allerdings gibt es da, wie gesagt, keine Vorimplementierung, die ich nutzen kann. Es gibt ein offenes Ticket. Ich habe jetzt neulich mal geguckt, das Ticket ist immer noch offen. Also der Druck, solche Service-Implementierungen zu liefern, scheint nicht sonderlich hoch zu sein. Also muss man sich da selber behelfen. So, in einem Package ist genau dasselbe. Ich finde alle Klassen in einem Package. Dann gehe ich halt hin und baue mir für jede Klasse da eben so ein Class-Test-Deskriptor auf und gehe dann alle durch und hänge die wieder dran. Also, ganz normaler rekursiver Abstieg. Nichts Spannendes. Jetzt habe ich also all diese Test-Deskriptoren irgendwie. Jetzt müssen wir uns anschauen, was ist da für Informationen drin? Welchen Spielraum habe ich? Also, ich habe hier einen Test-Deskriptor. Der ist ein Knoten in diesem Baum. Bitte keine Grafen bauen, sondern wirklich nur Bäume bauen. So ein Knoten kann entweder ein Container sein oder er kann ein Test sein. Das Blöde dabei ist, dass es auch beides gleichzeitig sein kann. Warum? Weiß ich nicht. Haben die so gemacht? Die Blätter von dem Baum sind dann die Tests, die ausgeführt werden. Und es gibt eine Basis-Implementierung, zumindest schon mal für Test-Deskriptoren. Das ist schon mal gut. Da kann ich nämlich diesen Abstract-Test-Deskriptor nehmen und darauf aufbauend meine Deskriptoren verbinden oder aufbauen. Was will ich dabei alles machen? In so einem Test-Deskriptor muss ich alle die Informationen speichern, die für die Ausführung wichtig sind. Das heißt, ich habe diesen Discovery-Prozess, dann sammle ich alle Informationen und diese Informationen werden ja später beim Execution mir zur Verfügung gestellt. Also, da muss alles drin sein. Das heißt, wenn ich also sage, ich möchte eine Methode ausführen, dann muss ich die korrespondierende Klasse haben. Ich muss vielleicht wissen, wie ich eine Instanz davon erzeuge. Ich muss den Methodennamen haben. Ich muss Parameter haben. Und, und, und. Das heißt, bei diesem Rekursiv-Imabstieg ist der richtige Zeitpunkt, all diese Meta-Informationen aufzusammeln und in den jeweiligen Deskriptor zu stecken. Hier ist es der ClassPass-Deskriptor. Dort gehe ich zum Beispiel implizit dann runter und sage, also wenn du schon so ein Klassen-Deskriptor erzeugst, dann wirst du auch ablaufen müssen oder runterlaufen müssen durch alle Methoden, die du hast. Und hier habe ich dann eben so ein Append-Child und dann sagt er also von dieser Klasse, in der du dich befindest, gebe mir alle Methoden, prüfe ob das und bau dann diese Methoden-Deskriptor auf. Man kann das natürlich auch irgendwie rausziehen oder was auch immer. Ich habe es jetzt innerhalb des Deskriptors gemacht. Der Methoden-Deskriptor ist letztendlich das, was dann zur Ausführung kommt. Und dort habe ich eben einmal die Testklasse und die Testmethode. Und dort muss man dann schlicht und ergreifend sagen, also ich bin vom Typ Test, ich bin eben kein Container mehr. Und es gibt eben die Attribute TestMethod und TestClass, die habe ich selber definiert. Aber ansonsten hat man eben auf jeden Fall diesen Rückgabetyp, bist du ein Test oder bist du ein Container. Das war bei dem vorherigen auch. Da habe ich auch das Override-Git-Type mit dem Container gehabt. Und hier habe ich halt das mit dem Test. So, wie führe ich das Ganze aus? Wenn ich ein Execute mache, ich kann dann einmal reagieren darauf, bist du ein Root-Node, bist du ein Container, also ein Klassenknoten, mehr habe ich dazwischen ja nicht eingebaut, oder bist du ein Methodenknoten. So, bist du also ein Root-Node, dann führe oder Execution-Container, also führe einen Container aus. Bin ich eine Klasse, dann führst du auch wieder einen Container aus. Also ich gehe einfach jetzt so lange runter und sage, du bist ein Container, du bist ein Container, du bist ein Container, bis ich ankomme zu den Methoden-Deskriptoren und dort sage ich, führe genau diese Methode jetzt aus. Wie wird ein Container ausgeführt? Wir erinnern uns noch bei dem ganz am Anfang befindlichen Teil. Das heißt, ich muss immer sagen, ich starte, ich laufe durch, ich bin erfolgreich oder negativ durchlaufen. Hier genau dasselbe. Das heißt, hier gehe ich halt hin und sage, ich hole mir diesen Execution-Listener, ich sage, ich fange an, dann für alle meine Kinder führe ich aus und wenn das irgendwann zurückkommt, dann sage ich, ich bin fertig und dann muss ich eben entscheiden, ob es successful oder nicht ist. Das Ganze geht dann über die Container runter, bis runter zur Methode. Und bei der Methode sage ich dann auch wieder, also ich fange jetzt an, dann sage ich, ich führe diese Methode aus und dann sage ich eben, du bist erfolgreich oder nicht. Das mache ich abhängig von diesem Execution-Result. Und wie komme ich jetzt genau dazu? Das heißt, die Methode, jetzt sind wir also alles runtergelaufen, die Container sind runtergelaufen und, 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 und jetzt sind wir endlich bei der Methode. Das heißt also wirklich das, was passieren soll, da sage ich dann, erzeuge mir eine neue Instanz. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche anderen Methoden zur Erzeugung dieser Entität brauche, zum Beispiel CDI oder was auch immer, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eben diese Instanz zu erzeugen. Wenn ich das habe, dann muss ich das Invocation, diese Methode ausführen oder eben das, was mir in diesem Testdescriptor als Ziel meiner Ausführung genannt worden ist. Das kann ja auch eben was anderes sein. Muss ja kein Java-Klasse sein. Hier mache ich es einfach mit den Reflection-Utils. Die Sache einfach Invoke Method. Und wenn das erfolgreich ist, also wenn kein Fehler aufgetreten ist, dann sage ich, successful, ist irgendeine Exception aufgetreten, sage ich, nee, das war nichts, das ist ein Failed und ich gebe noch die Nachricht mit. Das war's. Das ist leider sehr viel Boilerplate-Code, aber es gibt eben keine Basis-Implementierung bis Stand heute dazu. So, wie mache ich das Ganze in der Testengine? Meine ID hatten wir schon. Ich habe meine beiden Predicates. Bist du eine Testklasse? Bist du eine Testmethode? Die brauche ich ja dann im Discovery-Prozess. Dann habe ich eben diese Methoden mit Append, Test in Root, Method, Class in Package. Also sprich, ich definiere diesen rekursiven Abstieg, so wie ich ihn haben möchte. Und das Execute an sich ist schlicht und ergreifend, hole mir den Root-Deskriptor und sage, lauf los. Das war's. So. Wie starte ich jetzt so eine Testengine? Es gibt eben unter Ressources, Meta-Inf-Services, also Service Locator, die Klasse org.junit.plattform.engine.testengine. und dort vollqualifizierend eben den Namen an der Klasse rein, das ganz normale Service Locator. Und dann kann ich diese Tests, wie ich sie hier nochmal zeige, schon verwenden. So. Das ist eigentlich schon relativ alles. Oder das sind die Grundzüge, die ich brauche. Ich kann natürlich jetzt mit Technologien spielen und, und, und. Aber jetzt bin ich in der Lage, eigene Testengine zu machen. Was kann ich denn da alles machen? Also, wozu brauche ich Custom-Test-Engines? Ich kann zum Beispiel dort ein Lizenz-Check einbauen in so eine Custom-Test-Engine, wenn ich jetzt Provider einer kommerziellen Testengine bin. Das ist das eine Ding. Ich kann aber auch zum Beispiel dort in so einer Custom-Test-Engine so Lizenzmanagement im Allgemeinen abhandeln. Also ich konsumiere irgendwelche Dienste, die zum Beispiel einen Login oder eine Lizenz oder was auch immer brauchen. Dann könnte ich das innerhalb dieser Test-Engine verankern, damit ich das nicht in diesen normalen Lifecycle von Tests mit reinbauen muss. Ich kann jede Menge Metrics speichern. Ich kann also mir überlegen, wann, wo, was, wie, mit welcher CPU-Auslastung und so weiter. Das kann ich alles sammeln und kann mir so natürlich dann noch Metriken zusammenbauen, um zum Beispiel zu sehen, also werde ich schneller, langsamer, Ressourcen hungriger, was sind die kretschen Dinge, die Anzahl der Fehler, was auch immer. Also, ich kann irgendwelche Metriken sammeln. Allgemein kann ich Authentifikation, Autorisation dort einbauen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Dienst konsumiere, kann ich sagen, okay, also du loggst dich beim Starten eines Testplans jetzt an, machst diesen ganzen Handshake und wenn du dann dein Token hast, kannst du deine Tests ausführen. Ich kann aber da auch genau solche Sachen reinbringen wie, oh, jetzt erreichen wir ein Limit, wir müssen jetzt aufhören, weil das wird zu teuer. Das können also irgendwelche Circuit Breaker sein, die zum Beispiel, wenn auf einmal irgendwas heiß läuft oder so oder ein bestimmter Mount überschritten ist oder wir in einem bestimmten Zeitfenster sind oder was auch immer. Also, hier kann man darüber auch drüber nachdenken. Dann eine sehr wichtige Sache, man kann natürlich hier domainspezifische Testdefinitionen erzeugen und das ist eigentlich das, was die meisten wahrscheinlich brauchen werden. Das heißt, ich möchte irgendwie formulieren, wie man Tests aussieht und das habe ich eben hier vollständig in der Hand, weil ich eben die Testdefinition selber hier kreieren kann. Ein Punkt, der auch sehr hilfreich ist, wenn ich komplexe Lifecycles habe, dann wird es irgendwann sehr, sehr unhandlich mit diesem Extents Ways und die Reihenfolge einhalten und Parameter Resolver und all so Zeug. Da bietet es sich auch an, dass ich dann zum Beispiel so etwas mache. Also, was derzeit nicht möglich ist, dass ich sage, also beim Start eines Testcontainers erzeuge mir eine Instanz, wo ich von einem Surflet Container laufe alle Tests durch und beim Ende des Testplans fahre es wieder runter. Dann wäre das zum Beispiel ein Kandidat, den man hier reinbringt. Man könnte auch solche Sachen reinbringen, wie ich möchte jetzt zum Beispiel so einen Testplan persistieren. Da komme ich gleich nochmal zu. Oder, was auch noch interessant ist, ich möchte jetzt zum Beispiel absichtlich Random Order meiner Tests haben. Oder ich möchte, was auch immer, also Flaky Test automatisch dreimal nochmal starten. Also, wenn etwas fehlgeschlagen ist, dann nochmal dreimal starten. Wenn es dann immer noch fehlgeschlagen ist, dann wirklich beenden. Also, solche Sachen kann man da machen. Testtechniken, was zum Beispiel auch sehr interessant ist. Ich kann natürlich in solchen Test Engines dann auch so etwas reinbringen, wie Mutation Testing oder Property Based Testing. Ich glaube, da gibt es sogar schon eine Demo-Maschine für. Ein sehr wichtiger Punkt, Persistence Immutable Test Plans. Man muss sich vorstellen, ich arbeite sehr viel mit Reflection, wenn ich jetzt also hier durch den Class Pass durchgehe. Und die Sache ist halt die, dass die unterschiedlichen Werkzeuge unterschiedlich damit umgehen. Also, Maven und Gradle sind da schon unterschiedlich. Und ich hätte jetzt, wenn ich es im Maven starte oder im Gradle starte, einen unterschiedlichen Testplan. Und dementsprechend ist das mit dem Reproduzierbaren so eine Sache. Also, wenn ich jetzt in der Lage bin, so einen Testplan aufzubauen, den runter zu dampen und dann später zu sagen, dieser Testplan ist es gewesen, bitte diesen Testplan wieder hochfahren und genau diesen nochmal ausführen, dann kann ich natürlich sicher sein, dass da nicht solche Sachen im Detail schief gehen. Kommen wir nun zu einem sehr interessanten Teil. Und zwar die verteilte Ausführung von Tests. Auch das ist ein Punkt, den ich mit Custom Test Engines eben abbilden kann, weil ich ja den gesamten Lifecycle und die gesamte Infrastruktur vollständig unter Kontrolle habe. Also, man muss sich hier vorstellen, man hat jetzt diese Immutable Test Plans. Das heißt also, ich erzeuge diesen Testplan, den kann ich mein Finger runterschreiben und dann in, was wir sehen, damit er später wieder ausführbar ist oder nicht verloren geht, kann ich den zum Beispiel in Artifactory in einem generischen Repository ablegen. Und was ich jetzt machen kann, ist folgendes. Ich gehe jetzt hin und hole mir diesen Testplan. Dann zerteile ich den in atomare Einheiten, was auch immer das ist, zum Beispiel auf Klassenebene oder auf was auch immer die Definition dafür ist. Und alle Informationen zum Ausführen dieses Tests müssen ja in diesem Testplan verfügbar sein. Also zum Beispiel, welche Klasse und welche Methode soll ausgeführt werden. Und das könnte ich jetzt auf einen Cluster verteilen und dort ausführen. Ein Beispiel, das ich selber programmiert hatte, um das mal zu testen war, dass ich als Proof of Concept folgendes gemacht habe. Ich habe ein Hazelcast Cluster gestartet. Dann habe ich meine Testengine, die verbindet sich mit diesem Hazelcast Cluster, sagt also, ich bin jetzt der Testlauf Nummer 23b, holt sich dort eine HashMap dann aus diesem Hazelcast Cluster und lädt dort unter vollqualifizierenden Namen und Binary Blob sozusagen alle Klassenreihen, die gebraucht werden und verteilt jetzt über diesen Distributed Executor schlicht und ergreifend die Ausführung der Tests. Und dann konnte auf jedem Knoten eben dieser Test ausgeführt werden und das Ergebnis wurde dann wieder zurückgeschickt. So, was ich damit erreicht habe, ist zum Beispiel ein horizontales Skalieren. Ich habe es verwendet, um Web-Apps zu testen. Explizit habe ich da Vardin-Anwendungen mitgetestet. Das heißt, ich musste eben immer diesen Container hochfahren und der ganzen Kram. Das war relativ aufwendig. Und dementsprechend habe ich mit dieser Hazelcast-Variante ein Overhead pro Test von, weiß ich nicht, 100 Millisekunden oder so gehabt. Aber in Summe liefen die Tests halt meistens 3, 4, 5, 6 Sekunden. Also dementsprechend hatte ich hier einen nicht wirklich nennenswerten Overhead. War allerdings damit in der Lage, nicht nur auf meinem Laptop die Tests durchzuführen, sondern eben in einem verteilten Environment. Wer Interesse hat, der soll sich einfach mal melden, weil ich würde das Projekt Spaßes Habe gerne weiterführen. Und ja, dementsprechend wäre ich da sehr froh, wenn mir da jemand einfach noch ein bisschen hilft. Eine andere Sache, die bei Testen auch eine Rolle spielt, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen diesen Sicherheitsgedanken im Fokus hat, dass man sagen kann, ich möchte jetzt bei allen Methoden, die einem bestimmten Kriterium entsprechen, weil sie zum Beispiel Methoden sind, die von außen aufgerufen werden über REST-APIs oder was auch immer, was auch immer das Kriterium ist, um festzustellen, dass es eben eine dieser Methoden ist, die ein besonderes Sicherheitsbedürfnis haben, könnte ich auch hier in einem Repository zum Beispiel lauter solche Security-Payload-Blobs ablegen. Das heißt also manipulierte Blobs, die zu bestimmten Ausfällen führen. Also heiß, wenn ich zum Beispiel versuche, bestimmte Injection-Mechanismen oder Fehler auszureizen und so. Also alles, was da in diesem Bereich geht, kann man sich vorstellen, die Security-Payload-Injection. Ich habe eben einen Referenzsatz an kritischen Datensätzen, die ich da fürs Invocieren benutzen möchte. und jetzt kann ich also mit dieser Test-Engine hingehen, das isolieren und dann die Manipulation vornehmen, um zu testen, ob meine Implementierung denn dagegen gewappnet ist. So, auch hier habe ich wieder den Testplan, die Security-Payloads, alles in einem Repository versioniert und damit ist es dann auch reproduzierbar für spätere Analysen. Ja, das zum Beispiel. Wie das Ganze funktioniert, also wenn man zum Beispiel Artifactory nimmt, dann habe ich eben da diese Repositories und dann kann ich mich mit X-Ray da anklinken und dort habe ich die Möglichkeit, also nicht nur einmal diese Security-Payloads zu speichern in diesen generischen Repositories, sondern ich kann mit X-Ray dann auch gleich hingehen und sämtliche Dependencies und so weiter auf diese Sicherheitslücken hin überprüfen, ob da bekannte Sachen sind. Und die Kombination gibt mir jetzt die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, also in diesem Modul verwende ich etwas, was bestimmte sicherheitskritische Verwundbarkeiten hat oder Verwundbarkeiten, die für mich von Interesse sind und für die ich Payloads habe und dann kann ich eben diese Implementierung, die ich selber verwende, entweder ein Upgrade der Dependency machen, wenn das das Problem behebt. Wenn das das Problem nicht behebt, dann kann man hier zum Beispiel explizit diese eigenen Tests dann dagegen laufen lassen. Und diesen Mechanismus, den kann man relativ schön automatisieren, weil ich dann zum Beispiel sage, ich benutze jetzt diesen Docker-Container, in diesem ist genau diese Library drin, diese Library hat ein Sicherheitsproblem. Dagegen habe ich einen Test, ob wir das jetzt auch weiter hin berücksichtigen und so habe ich einen sehr schönen Kreislauf gebaut, um da meine Security-Checks zu machen. Wer das Ganze ausprobieren möchte, der startet ab von Trial auf JFrog, dauert ungefähr 10, 15 Minuten. Dann habt ihr Zugriff auf einmal das Artifactory und eine X-Ray-Instance und dann kann man das einfach mal ausprobieren. Einmal die Dependency-Scannen und dann noch dieses Ping-Pong-Spiel, weil alles ist über Rest ansprechbar. Und damit kann ich diese ganze Provisionierung dann nochmal machen. Das war es soweit. Erstmal tausend Dank, dass ihr euch das angeschaut habt. Und dann bin ich natürlich super interessiert an Feedback. Das heißt, meldet euch bei mir am besten via Twitter. Da bin ich am besten erreichbar. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn sich sogar noch jemand findet, der bei dieser verteilten Custom-Test-Engine mitarbeiten würde. Das ist ein Open-Source-Projekt, würde ich ganz gerne weiter vorantreiben. Ansonsten Feedback oder wenn du eine eigene Test-Engine geschrieben hast, schreib es runter in die Kommentare. Ich würde es mir sehr gerne anschauen. Also hier ganz klar der Wunsch nach Kommunikation über dieses Thema, über diesen Talk hinaus, weil das doch ein sehr breites und sehr interessantes Thema ist. Ja, danke dafür. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und regelmäßig hier reinschaust, weil es kommen noch jede Menge andere Sachen dabei. und dementsprechend verbleibe ich da. Mach viel Spaß heute noch und wir sehen uns. Vielen Dank. Vielen Dank.